so, Steven scheint gerade ja, aber ich glaube, die meisten 16-Jährigen fühlen, das von ihren Verwandten. Von daher. Ich bin froh, Daniel. Ich wünsche mir, dass ich... Vater nicht wirklich mit ihnen zusammengebracht hat. Ich weiß sie nicht. Ich weiß sie nicht. Familie, oder? Wir sind sicher. Das ist alles, was ich brauche. Was machst du, Sean? Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ja, sie sind froh. Wir sind froh, dass sie uns kamen. Wie lange werden wir mit ihnen bleiben? Ich weiß nicht. Wie lange ist es für uns? Und für sie, ich glaube. Ja. Man könnte ihnen von unten jetzt wunderbar die Füße kitzeln. Ich wollte es nur gesagt haben. Na gut. Hm. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, aber wir können ihn da anhalten. Okay. Und dann lassen wir ihn mal weiterfahren. Wir haben ein Souvenir gefunden. Okay, das ist cute. Und chillt, Beaver Creek. Okay. Ist er im Schlafzimmer? Also ist er da wohl nicht und... Das ist das Zimmer, in das wir nicht dürfen, richtig? Mhm. Also ist er da wohl auch nicht drin? Unwahrscheinlich, dass er im Gästezimmer ist. Also gehen wir mal wieder runter. Hier ist noch was. Ach. Ich glaube, ich brauche einen Handi-Azistant. Kannst du mir die Glühle in der Küche hinter dem... Whoa. Hey. Oh. Okay. So, listen, I've noticed things with Daniel. You know what I'm talking about, don't you? Oh, man. Oh, man. Was ist die richtige Entscheidung? Oh. Sie haben uns hier aufgenommen. Sie haben die Polizei nicht gerufen. Sie haben sich um uns gekümmert. Sie haben uns Sachen zum Anziehen gegeben. Wir sind schon tagelang da. Offensichtlich können wir ihnen vertrauen. Ja. Ich bin. Aber... Wie ist das möglich? Ich meine, er kann... Well... Sie wissen mehr als ich. Nicht wirklich. Es begann in Seattle, nachdem... alles passiert. Ich bin. Ich wusste, ich kann was mir erklären, aber... ... das ist wie es jetzt ist. Und wir müssen mit ihm leben. Ich... Ich weiß wirklich nicht was, was ich denken. Er braucht ein... ...doktor. Oder... ...something. Dann glaube ich er niemals nochmal sehen. Ja. Ich verstehe. Okay. Maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... We have a home in Porto Lobos. Dad wanted to return there. Two Mexican boys out on the run? That won't be a secret in Beaver Creek for long. America is your home. With us. And you have to think about your brother, you know, his future, all that stuff. It's too dangerous for us to stay here. And for you guys too. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Okay, das käme aggressiv rüber. And it's different. The father is dead. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, uh... Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. It's good to see you in my lair. You know, you were afraid to come in here as a kid. Really? Why? No idea. But... You're a big boy now. You can take a look around. I won't eat ya. Cool. Man. Who did this? Oh... He was our neighbor's son, Chris. Yeah, I helped him and his dad build that tree house. Why are you holding a fire sword? I'm... I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. Wow. Is that you? Oh, yeah. That was taken when I retired. The mayor came to congratulate me himself. That's awesome. Yeah. Really great day. I... Ah... I wish we were in here. Oh. Okay. Oh... You found this. I, uh... I just forgot to, uh... It's okay. It's been a while since I've... Seen her face. Oh... Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it... Hurt? Yeah, it does. But... She's still my daughter, you know? Um... I can't approve what she's done, but I... 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 I think I understand. Good. I don't. Oh, yeah. I'm sorry, Sean. Please don't... I... Please don't say anything to Claire about this, okay? I... Don't worry. I won't. Steven sure takes his hobby. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh... Könnten wir... Auf das Blog gehen? Oh, God. I'm sorry, Sean. I know you guys miss your games and your websites. But... Trust me. A break from all this can only do you good. You know? It's... It's safer that way. Yeah, yeah. I know. It's over here and this will be alright, you know? Mm-hmm. Mm-hmm. A disco booger? How come you have a disco ball? Are you, like, throwing parties and stuff? No. This is a... A souvenir, you know? I actually met your grandma during a disco night. Believe it or not. For real? That's so cool. She was such a good dancer. We danced the hustle. And I knew I was gonna marry that woman. Aww. By the way, I have no idea what you're talking about. But it sounds so very cute. Well, I'd show what it is if only these hips allowed me to. Okay. Then... Can we move our clothes? Ah! There you are, Sean. Got the key? Hey. I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about eight. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally. Yeah. Um... No problem. No problem. Thank you so much. Feel free to start tidying your stuff, too. It's good for the health to keep a house clean. Definitely. Daniel can help. Ah. And remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, I know. Boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel. There's work for you. Uh. No. I'm busy. Busy my ass. Come over here. You gotta find me first. Jeez. Ach, naja. Hm. Okay, nein. Wir können hier nicht reingehen, aber es ist... lauter geworden, als wir hier raufgegangen sind. Das ist interessant, aber... Ach. ...auch nicht. Das wäre interessant. noch interessanter könnte er schwören seine stimme wäre lauter geworden als wir hier raufgegangen sind we spent the whole week locked up in the house will things ever go back to normal i know you're in there gotcha what the behind you yeah very funny no more hiding seriously okay okay what do i have to do you tidy the mess in our room and i take care of the laundry cool yeah sure it's hot i know thanks okay wo ist eigentlich die die waschmaschine yeah let me just throw our clothes in the machine and we're good toilet free hier ist noch ein zimmer all right time to take care of that laundry thanks claire as always with claire i can't really tell if this is cute or bossy dear husband if you do laundry please follow these simple rules do not mix whites and colors ever use one cup of detergent red box for each load if you wash my clothes use the delicate cycle so you don't ruin any more of my clothes love wife ja ganz ehrlich das ähm kann man so lassen na dann na hoffen wir es noch irgendwas interessantes hier nein komplett unverputzte wände interessant was ach so vorhaltskammer cute deine reaktion ist ja auch gold ich glaube wir verstehen uns auch find outsmoke wow look at all these decorations oh Ähm, Spielzeug? Na gut. War da nicht vorhin auch was bei dem einen Buch mit aufräumen? Oh Gott, Groschenromane. Oh, das sieht cool. Oh nein. Eben er? Meinst du, er kann den Mast da reinstecken? Oh, hoffentlich verbricht er die Flaschen nicht. Voll cute. Okay. Okay, ich denke dann... Können wir mal nach draußen gehen. Okay, time to burn off some calories. What do you say? Haha, yes! Yes. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020